Oh, Robert! Hier ist 3! Robert! Muss noch mehr bei KS3 machen! Okay, also, wir persönlich hätten uns jetzt soweit abgestimmt. Die 1 war eigentlich relativ eindeutig, möchte ich aber noch nicht sagen. Platz 2 und 3, können wir uns nicht entscheiden. Da würden wir gerne vom Publikum hören, was ihr besser fandet. Das war einmal der E-Punkt, der 3. Das waren die 3 nackten Herren. Wie fandet ihr? Die 3 etwas leicht starken, größten Kerle. Und die angezogene, nette Dame. Und die andere Partei, naja, ein Part steht da neben mir. Das war dieser unausstrenglich lange Dame, wo der Blue Falcon so schön gegrölt hat. Dann geht der dritte Platz an G-Spot, der dritte. Kommt doch noch mal auf die Bühne. Kommt doch mal kurz auf die Bühne. Und alle, die über Wasser bekommen. Ausziehen, ausziehen! Nein! Kannst du für mich dann übernehmen, falls du noch? Aber lass deinen Schwenker hören. Ausziehen! 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 Alle oder keiner! Ausziehen! 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 Alles klar! Einfach nur festhalten! Ich finde den Platz 2. Ähm... Interplanetary Ninja Assassin Fansites aufgeführt. Aufgeführt! 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 Aber... Ich muss jetzt mal die Bühne grölen hier. Hey! Dann gleich nur hier runter. Wir wollen ja die Stimme nochmal hören. Nein! Aber es wird ja. Oder, oder? Na ja! So kriegt es ja im Privaten Wesen! Und... Platz 1. Ich denke, viele werden es schon erwarten. Das waren die NBK 9.0! Jetzt waren die toppen Spielkarten, toppen Aufmerksamkeit, toppen Stimmen, alle waren alles gefühlt. Applaus für die noch mal! Ich möchte allerdings... NBK! 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 Ich möchte noch gerne einen kleinen Sonderpreis verleihen. Und zwar geht der an DJ Mahler, der Einzige, der einen verhältnissen Sohn in der Schule kommt. Bitte noch mal mit dem DJ-Polz auf die Bühne. Für einmalige Einlagen, die wir noch nie gesehen haben. Also noch mal Applaus für den DJ! Danke und gute Nacht! Matt Kids! Jaaaaaaaw! Okay. Auf malfein. пригme warte. Für michpad gab es! Auf kennst duамен! Wir befinden uns ein bisschen